und damit herzlich willkommen zu einem weiteren stream teilnicken wir müssen noch ein letztes eisen ja doch ein letztes ein letzten abschnitt müssen wir noch bewältigen ein unbekanntes teil uns besorgen und wir müssen durch diesen durch diesen raum gehe hier durch sobald du bereit bist ich bin nicht bereit aber durchgehen tun wir trotzdem na ja 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 jetzt sind wir hier im oberen stockwerk oder was Ja, da waren wir doch schon Hier entlenkt mich, du Dame Wir sehen uns oben wieder Da waren wir doch schon Mal gucken, wo war das Seifbrett? Da ist das Seifbrett Hier ist Werfen Hier ist Stapeln Hier pfeifen wir sie ran Okay Dann lose geht's Karte bitte, zeig mir deine Eintrittskarte Also, hallo erst mal Hier ist meine Eintrittskarte Hm, und was ist mit dem Kleinen? Ach, entschuldige Hier, Milodane, deine Eintrittskarte Damit kannst du hier kommen und gehen, wie du magst Okay Tretet ein, werte Gäste Celeron Celerion Celeron Celerion Liegt hinter diesem Vorhang Gehen wir Auf geht's Ach, du Himmelscher Das ist das Kinderzimmer Okay Eine Ritterburg Ein Drache Hey, wo ist deine Eintrittskarte? Oh, willkommen in Celerion Milodane Hier können alle Träume wahr werden Womit wirst du anfangen? Die Zitadelle vor einer tyrannischen Bestie retten unseren Park der fantastischen Kreaturen besuchen Die Hornissen Die Hornissen war ihrem rasanten, risikoreichen Rennen bewundern und dabei ein köstliches Getränk schlürfen Celerion Erfüllte jeden Wunsch Haha Ähm, was ist denn? Hast du erwartet, um ein Gefallen gebeten zu werden? Haha Du bist doch ein Celerion Du dienst nicht dem Park sondern der Park dient dir, Milodane Du bist frei Moment Du willst dieses Dingsbums haben? Selbstverständlich Der Kunde ist König Nimm es dir ruhig Äh Das ist zu einfach, oder? Es ist fast gänzlich wertlos Sch Chef Chef Was ist denn? Siehst du nicht, dass ich hier beschäftigt bin? Wir haben hier Leute zu unterhalten Tut mir leid, Chef Ich muss nur schnell was sagen Äh, äh Wir haben ein ziemliches Problem Ihr Idioten Wie soll ich bei solchen Zuständen Friede, Freude, Eierkuchen verkaufen? Ab an die Arbeit Du kommst heute Abend in mein Büro Ja, Chef Tut mir leid Mein geschätzter Freund Mein allerliebster Freund Was dieses Dingsbums angeht Das gebe ich dir Wie versprochen Aber zunächst schlage ich ein kleines Spiel vor Quasi eine Herausforderung Einfach um die Sache spannender zu machen Musst du unschuldige Besucher aus dem liegen Gebliebenen Zug retten Repariere die Rennstecke Denn die Show muss weitergehen Finde das verlorene Auto von Alanza Den blauen Blitz Finde einen wertvollen Gegenstand Als Preis für die Sieger Haha Damit ist auch ein Abenteuer deines Kalibers Erstmal beschäftigt Ein Abenteuer deines Kalibers Erstmal beschäftigt Ich bewahre derweil das kostbare Dingsbums Natürlich wäre er auch zu einfach gewesen Ach du himmlischer Heiland Oh je Gefährliches Rennen Okay Oh Gott Da ist das Auto In der Burg Die sollen wir retten Walter der alte Schwindler Das Dingsbums bringt ihm nichts Er will nur dass du kostenlos für ihn arbeitest Und dir bleibt eigentlich keine Wahl Wir müssen dafür sorgen Dass das Rennen stattfindet Es fehlen ein Stück Rennstecke Ein Auto Zuschauer Der Pokal Also keine große Sache Natürlich Natürlich Oh jetzt kommt es raus Das Insektusatrina zertreten hat Das ist brutal Das ist brutal Hexer So was würde ich nie tun So jetzt können wir hier schon mal Einmal bam Dann kommen wir da schon mal rüber Das ist sehr gut Wollen wir einmal da rüber Oder wollen wir jetzt erstmal hier hoch Ich glaube wir gehen erstmal hier die Pflanze Oder So Wir müssen uns erstmal wieder neue Tinykins suchen So Wir arbeiten uns jetzt erstmal zum Boden vor Oder Zack Also Die Strecke werden wir auf Sicht wahrscheinlich ablaufen müssen Weil wir ja nicht wissen wo das Stück fehlt Eine Kerze leuchtet Oh Gott das wird eine Katastrophe werden Was ist das Eine Kerze Ah ja Okay hier kommen wir runter und wieder hoch Sehr gut Da können wir uns den ganzen Weg über die Autobahn sparen Oh Honissen Juhu Hotzone ist die einzige Honisse die nicht zu einem Team gehört Aber mit Autos kennt er sich aus Vor langer Zeit war er wohl Ach darüber soll ich nicht reden Tut mir leid Wir sind hier in einer Werkstatt Wenn es nichts zu reparieren gibt Gibt es auch nichts zu sagen Ah ja Wir haben noch keine Tinykins Mit denen wir uns hochbauen können Also wir müssen Mal gucken Dass wir so schnell wie mittelgrüne kriegen Ah gelbe kriegen wir hier auch zum Hochbauen Sehr gut Dann können wir uns wieder hier so ein Schmetterling bauen Oh damit kommen wir wieder hoch zum Drachen Sehr gut Bei Kona Bei Kona macht doch nie Fehler Wie konnte das passieren Ich habe ihr Auto mindestens 20 mal überprüft Offenbar manipulieren zwielichtige Gestalten Die rennen Um eine Menge Kohle aus den Betten einzustreichen Aber wer würde denn so etwas tun Jedenfalls keine Honisse Wenn das stimmt Und die das herausfinden Wird das nicht gut enden Okay Also wir werden hier schön viel Strom und so Für Raikona nicht Nein Werde ich nicht tun Niemals Das ist die Zuschauermenge Sehr gut Hier ist das Postamt Das heißt wir müssen auch wieder Briefe finden Was kommen wir noch nicht hoch Müssen wir nachher mal gucken Einen wunderschönen guten Abend Sabinchen Oh guck mal an hier Versteckt Versteckt Ah warte Da können wir Ach nee Wir haben noch keine Pinken Wir haben noch keine Pinken Also können wir da auch noch nicht wegschieben Oder sowas Die kann man schieben Aha Aha Ah da haben wir aber Pinken Guck mal Ja in welche Richtung Oh sehr schön Sehr schön Hallo Guten Morgen Ah guck mal Hier können wir uns hochbauen Sehr schön Nein 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 Geh doch da rein Dicker Gut Das üben wir jetzt auch noch mal Ja Die ersten Grünen Juhu Hier gibt es nicht genug Pflanzen Aber es ist ein schöner Park Der große zylindrische Turm Der bandförmige Die bandförmige Rennstrecke Die Burg aus Parallel Lipidemen Lipidemen Was Äh ja Interessierst du dich plötzlich für Geometrie Magalie Zeig mir mal deinen Rücken Ah Aber du hast meinen Rücken doch schon gesehen Was soll das denn Nein Habe ich nicht Noch nie Jetzt wo ich es mir überlege Habe ich überhaupt niemanden des Rückens gesehen Das ist fast so Keine Ahnung Als ob wir Schüchtern wären Flach Wir sind flach Hilfe Magalie Wir sind in der In 2D Warte mal Nein Dreh doch nur die Kamera etwas Dann siehst du Äh Was Ah Oh Gott Echt jetzt Wirklich jetzt Ja Ja okay Das war jetzt echt Quasi eher Für die Katz Würde ich jetzt mal sagen Da können wir hoch Hier sind wir Oh hier können wir noch was freilassen Gelber Noch mal renn Steil nachdem sein Auto ist weg Naja stimmt Da war ja was Miludane Walter hat mir Bescheid gesagt Hast du diesen Teil der Strecke gesehen Der ist kaputt und unbenutzbar Haha Wird das nicht ein Spaß Ziel dieses Spiels Ist es ein Ersatz Für dieses Stück zu finden Das Stück ist wo Ich sehe es gerade nicht wo Jedenfalls Schranktür Irgendwo Schranktür In dem Schrank da drüben sind einige Ersatzteile glaube ich Ja Ach und noch spaßiger wäre es wenn du es schaffen musst bevor das Rennen anfängt Das Rennen fängt nicht eher an bis ich hier das gemacht habe mein Freund Ansonsten hast du ein Problem Da waren Grüne Ich gehe gleich gucken Wo waren Grüne Dann halt nicht Dein Ernst Ich glaube wir müssen mal über Erziehung reden Herr Philipp Ich habe Rote gesehen Lego Männchen hoch Auf dem Lego Männchen hoch Okay Ja stimmt Ich sehe sie auch Von weitem Ich sehe sie auch Im Fenster Im Schauf Im Fensterrahmen Aber das sind keine Haha Aber was sind das Kann man die abschließen? Ich sehe sie auch Ich sehe sie auch Ich sehe sie auch Ich sehe sie auch da gehen wir gleich weiter ich will noch einmal kurz hier rein geht doch geht doch habt ihr schon den verkäufer von unseren blasen gesehen ich weiß meine freunde sind sehr neugierig aber fragt für einen freund die habe ich da oben gar nicht gesehen kommt man einfach so hin warte mal wie komme ich denn da hin muss ich aufs blatt oder was guck wie soll ich darauf kommen da geht alles na wenn man das will geht hat alles ähm natürlich 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 ich ja 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 die reichen nicht ne hehehehe hehehehe die reichen nicht denn nicht na gut aber die grünen wie viele grüne haben wir ok die reichen auch nicht na gut dann müssen wir das später machen steifbrett fahren oh 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 das war knapp ja jetzt haben wir noch grüner boah leute bis wir das alles fertig haben ne das dauert noch ein paar jahre das wisst ihr ne tadaaa ich habe den drachen besiegt also fast eilert aus wo ist eigentlich der schrank mit den ersatzteilen das ist der da ne da sind die ersatzteile drin ne wie soll ich denn da hochkommen da nur diese um ein die hier die 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 Wieso finde ich hier eigentlich so viele Rote? Das ist auch so eine Frage, die ich mir stelle. Wie viel muss ich denn hier noch explodieren lassen? Haben wir die nicht alle gerade abgebaut? Oh Gott. Also auch Pflanzenblättern rumlaufen war noch nie mein Hobby. In dem ganzen Spiel nicht. Ah. Ah. 900 brauchen wir. 900 Puppen tollen. Sehr schön. Dann kommen wir da auch wieder hoch. Wüsste zwar nicht warum, aber... Warte mal, ich wüsste schon warum. Oh, warte mal, ich wüsste schon warum. Ha, 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 ha. Hehe. Okay. Wir haben noch zu wenig Grüne. Wir haben noch zu wenig Grüne. Wir brauchen unbedingt noch welche. Oh. Ui, 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 ui. Wer vom Böde fällt. So. Da zünden wir. Dein erst? Da war ich grad. Ah. Ich hab doch doch gerade den Schnatz geholt. Äh, da... Ich hab doch da gerade alles weggetragen. Na gut. Äh, da... Äh, da... Äh, da... Äh, da... Äh, da... Äh, da... Ich find die Dinger ja genial, ne? So, aber jetzt kommen wir trotzdem nicht hier höher. Wir brauchen noch Grüne. Dann kommen wir da auch hoch. Da unten sind Blaue. Philipp, hab ich jetzt die Grünen geholt, die du gesehen hast? Auf jeden Fall haben wir hier noch Grüne. Lü-lut? Sehr schön. Vielen Dank.